Durch diesen Fahrstuhlschacht geht's nicht. Ich muss den Weg zurück, den ich gekommen bin. Oh Gott. Oh lol. Ich bin ein bisschen blöd. Ich muss gar nicht nachsondern, die Dinger. Ich brauche etwas, um über diese Schlucht zu kommen. Oh Gott. Wieso holen wir dich einfach mit dem Jet ab? Er ermöglicht schnelle Bewegungen zwischen zwei horizontalen Punkten. Der Jet haut jetzt nicht wirklich ab. Der Jet kommt hierher, bringt das Ding. Und fliegt wieder weg. Und wir müssen den anstrengenden Weg zurück. Okay. Seems legit. Anscheinend. Händchen kann ich dann... Es müsste ja ein Punkt sein, wo ich mich... Ah. Was soll ich auch so machen? Mystery Solver bin ich jetzt. Offiziell. Hat mir der Dark Knight persönlich attestiert. Geil. Obwohl, nee, der Riddler war's. Ja, was soll ich Frametrobs? Das sind keine neuen Gegner, ne? Oh, 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 oh. Oh, oh. Kannst du ein Verstand wie meinen besiegen? Junge, du bist ne KI. Da müssen wir leise sein. Oh Gott, die Aufnahme ist nicht gecrashed. Gott sei Dank. Holy shit, ey. Okay, ich kann nicht aufrecht schließen. Moment mal, ich bin doch immer nur da unten sein, oder? Da oben sein bin ich nie. Wenn ich mich recht entzünde. Da war ich aber schon. Ich sehe, dass ich hier nicht irgendwas öffnen muss. Oh, da kann ich einfach mit einem... Oh Gott. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Aber irgendwie stellt sich hier alles an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich trotzdem vorbeigelaufen bin, oder? Es geht doch nicht um sowas. Dahin könnte ich. Los, das bringt mir ja nichts. Das bringt mir nichts. Dahin könnte ich, das bringt mir auch nichts. Geht es vielleicht darum, dass ich an dem Käfig, sondern mich da festhalten soll? Nope. Hm, hm. Okay, ich habe keine Ahnung. Lassen wir das, bevor ich jetzt hier... Sie sind alle tot. Joker war nicht untätig, während ich seine Monster bekämpft habe. Dafür wird er bezahlen. Gut, aber auf der Karte ist es nicht angezeichnet. No. Ah ja, bevor ich jetzt hier eine halbe Stunde dran hocke... Ach so, ich dachte, das Ding hätte keine Arme, deswegen... Eine arme Armee. Mad Dog. Schon wieder sowas Leichtes. Sei nicht zu stolz, Batman. Immer, Junge, immer. Was? 66... War ich jetzt drin schon? Ah, ich glaube, ich bin jetzt rübergekommen. Aber jetzt habe ich ja das Ding. Weeuuu. Oh. Ich bin hier immer noch richtig, ne? Schubmethode? Keine Ahnung. Oh, Poison Ivy. Meine armen Lieblinge. Ja, ich weiß, er hat uns gefunden. Aber ich lasse nicht zu, dass er euch verletzt. Ich werde ihn vorher töten. Ivy, ich weiß, Dr. Young hat diese Pflanzen mutieren lassen, um Venom zu produzieren. Ja. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass die fiese Frau den Preis dafür bezahlt hat. Du musst mir dabei helfen, ein Gegenmittel herzustellen. Wieso sollte ich? Lass Joker seinen Spaß haben. Ich genieße es, zu sehen, wie du dich vor Schmerzen windest. Du warst zu lange in der Dunkelheit. Jeder Pflanze auf der Insel wird das Gleiche passieren, wenn du nicht kooperierst. Es gibt eine Pflanze, die verborgen auf Arkham Island wächst. Nur sie kann mit der Wirkung des Titanstamms fertig werden. Wo kann ich sie finden? Im Versteck dieses Mörders Krok. Du hast nicht gedacht, dass es einfach wird, oder? Geh in deine Zelle, oder du bist als Nächste dran. Ich werde warten. Oracle, ich muss einen Weg in Killer Kroks Versteck finden. Es liegt unter Arkham Island. Im System steht nicht, wo er festgehalten wird. Ich habe eine Tür neben der Betthöhle gefunden, aber sie ist fest verschlossen. Es muss einen anderen Weg reingeben. Ich habe Aufseher Cash in der Villa gelassen. Mal sehen, ob ich über ihn rausfinde, wo Krok festgehalten wird. Okay, ich... Eine Tür in der Betthöhle? Fahm, Jungs. Easy. Hey, niemand nennt mich Betts. Das wird wehtun. Die kommen ja auf. Ich fahre zu, dass ich dich schlage. Ei, 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 ei. Immer bin ich zu spät von mit dem Y. Gut, immer es wird... ...zutrieben, aber... Entschuldigung, das sah ein bisschen dumm aus. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Was redet er in der Arkhamville mit Aaron Cash? Gut, die Arkhamville ist woanders. Lauf ich da richtig? Ne, ich lauf hier falsch. Da lang. Hopp, da lang passt. Aber was heißt denn Krok's K... Pflanzensporen? Ach so, in seinem Versteck sind die Sporen von der Pflanze, die wir brauchen. Nicht er selbst hat. Lol. Ich dachte kurz, er hätte selbst irgendwelche Pflanzen, wodurch wir erst sein Versteck finden. Aber das hätte ja keinen Sinn gemacht. Wie bin ich jetzt... Ach, so, ja. Brain dead. Der Sorsorge kann nur von denen gesehen werden, die andere Blickwinkel. Ich denke immer noch, ich muss hier mit... Da konnte ich mich auch nicht festreiten. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Ganz auf die alten modische Art. Ich meine, ich habe jetzt das Ding. Kannst du einen Verstand wie meinen besiegen? Ich muss ja eh hier groß. Von daher ist das ja nicht so wichtig. Momentchen. Könnte ich hier... Okay, ich weiß jetzt zumindest, wie ich an das eine Ding komme. Genau über den Weg. Und was muss man da mit dem Blickwinkel gehen? Ja, nö. Jut, 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 jut. Und hier hoch und... Guten Tag. Hä? Nee. Verwirr, jut, 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 jut. Ausgezeichnet. Wer ist denn der Rottenfänger? Sollen wir dich hier beharmeln? Ah. Ne, Moment, ich bin von hier gekommen, oder? Ja. Ich dachte, ich hätte einen neuen Weg gefunden. Upsi, upsi, upsi. Natürlich geht der Nörstenschlag durch. Das Mädchen hat dich K.O. geschlagen, Lutscher. Ich bin der Erste. Batman war fleißig. Ist euch nicht aufgefallen, dass unten einer fehlt? Du hast Joker gehört. Ach, shit, das sind zwei. Ich hab' ihn gefunden, er liegt hier, hier drüben. Mach aus, hörst du mich? Mach aus. Was machen wir jetzt? Seid still und zu schwach. Was machst du da? Ah. Also, es heißt Geduld bewahren. Oh, kommt ihr nie zurück, tut mir leid. Ich nehme die Tür. Okay, von da werde ich kein umgekehrtes Ausschalten durchbekommen. Denk dran, Jungs, in allen Ecken nachsehen. Hörst drauf in die Hürden. Er könnte überall auftauchen. Und wenn er es tut, blast ihm den Kopf weg. Ich hab' keine Angst. Was solltest du aber, was solltest du. Uh, nice, den kann ich dafür jetzt ausknipsen. Sehen die mich? Als ob. Ne, 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 die sehen mich nicht. Ich werde dich umbringen. Mann am Boden, da liegt einer. Kommt der jetzt? Was tust du? Ich brauche Hilfe. Du bist jetzt allein. Die Regeln haben sich geändert. Was zum... Bullshit. Ei, 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 ei. Ja, den Grapple hätte ich gern benutzt, um zu fliehen. Aber dem war nicht so. Die E-Leute man auch rumlaufen kann. Äh... Das hier ist der Ausgang, oder? Ups, falsche Taste. Nee. Doch. Wofür wird das hier gut? Ach, da bin ich am Anfang... Nee. Ist hier noch was versteckt. Ich sollte gerne die Dinger hier mal benutzen, um mich zu verstecken. Weil ich meine, ich könnte auch von hier unten einen ausschalten. Aber da denke ich nie drüber. Ich will ihn tot. Ich will nicht, dass er wieder meine Babys verlässt. Unglaublich, dass du die Arme eigentlich weinen in ihren Garten gelassen hast. Sie sah so traurig aus. Oh, nee, nicht Venom-Ei. Ach, der ist tot. Bitte keine Venom-Ei, wie? Ich habe ja ein wenig die Zahn gegeben. Oh, ich muss sagen, die Ergebnisse sind etwas anders. Soll ich ja noch eine geben? Ich glaube, sie will es. Sie nennen dich nicht umsonst, Ivy. Oder, Liebling? Ehrlich gesagt hatte ich auf eine 10 Meter hohe Killerpflanze gehofft. Aber man bekommt nicht immer, was man will. Ich lief auf meiner Insel herum. Ich kam am Zuchthaus vorbei und ekelte mich bei den Gedanken an dem Dreck, den es enthielt. Ich sah auf die Gotham-Bee und das späte Lichter. Mir war klar, dass Boote noch mehr Degenerierte in meine Stadt bringen würden. Ich schwor einmal mehr, sie vor dieser Dunkelheit zu beschützen. Ich bin die Dunkelheit. Wir haben ein Upgrade. Ich habe nicht Erinnerung, dass man so viele Upgrades bekommt. Wie geht's denn an? Gut, nehmen wir nochmal die Stone. Nein, 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 nein. Zurück hier hoch. Ach shit, ich komme da hier nicht hoch. Du wirst doch kaputt gemacht. Oh. Wenn Pflanzenblasen... ...Ihre Pflanzen wachsen. Bald sind sie nicht mehr kontrollierbar. Das ist nicht gut. Sieht aus, als ob die Pflanzen weitermutieren. Ei, 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 ei. Die Hülse enthält ähnliche Sporen wie die, die Ivy letztes Jahr bei ihrem Angriff auf Gotham verwendet hat. Sie sind tötet. Ach, Bitterang. Nee, nee, nee. Bitterang, Bitterang. Nee, nee. Nicht? Ich hätte gedacht, mit einem Bitterang. Dann sollte ich gar nicht hier dran vorbeilaufen, wahrscheinlich. Wo muss ich denn hin in die Arkham Villa? Ei, 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 ei. Was ist hier? Ja. Natürlich von hinten. Ich dachte eigentlich, die Spur sind wir wieder mit dem Job. Hörst du auf? Nein, so öffnet man nicht hier. Auch nicht in Gotham. Wahrscheinlich sollte ich nicht da runter droppen. Nein, nein, da ist das Ding. Ob das Ding eingestürzt ist, müsste ich doch ein... Das hatten wir schon. Das können wir... Hatte ich doch schon. Ich muss den fotografieren, ich Idiot. Gut, das wird jetzt ein bisschen schwieriger mit dem Fotografieren, ne? So, wie mache ich das? Ich dachte schon, da läuft jemand. Nee, 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 nee. Da kann ich doch hängen, oder nicht? Wieso hängt es? Ich will nicht, dass es hängt. Moment, von da bin ich gekommen. Dahin könnte ich wahrscheinlich... Müsste klappen. Nein, 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 nein. Gläser klettern. Als ob. Wow. Ja, Hauptperson. Wie nö. Kein Objekt von wegen. Du bist kein Objekt. Ich würde gern wenigstens bis zum nächsten Zwischenpunkt kommen. Batman! Ich dachte mir schon, dass du kommst. Was hat das mit den Pflanzen auf sich? Das ist kompliziert. Lass mich raten, Poison Ivy. Sie hat sich mit Joker verbündet. Alles, was zählt, ist, dass ich verhindern kann, dass die Pflanzen die Insel übernehmen. Aber... Es gibt immer ein Aber. Oder? Wo halten Sie Killer, Croc? Ich habe eine Tür in der Kanalisation gefunden, aber sie ist verschlossen. Das Monster hat seine eigene Spezialzelle. Sie liegt genau unter dem Transferraum in der Intensivbehandlung. Der Fahrstuhl geht bis zu einem alten Abwasserrohr. Wir werfen nur jeden Tag Fleisch da rein und versuchen ihn zu vergessen. Es ist abgeschlossen. Mehr Sicherheitsleute als beim Joker. Ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters kommst du da nicht rein. Nein, er hat die Codes. Danke, Cash. Die Codes habe ich ja. Aha. Neues Ziel. Ach nee. Dinge über die Intensivbehandlung im Killer Crocs versteckt. Ach, dringe, nicht Dinge. Ist das hier? Okay, gut. Da es leckt, machen wir eine kleine Unterbrechung. Beim nächsten Mal geht es dann flüssiger hoffentlich weiter. Und wir machen uns auf die Suche nach Killer Croc. Bis denn.